Sehr geehrter Herr Rose, sehr geehrter Herr Dr. Drekolm, verehrte Überlebende und Angehörige, sehr geehrte Damen und Herren, die Erinnerung an die Verbrechen der Nationalsozialisten wachzuhalten und der Opfer zu gedenken, das ist unsere immerwährende Aufgabe. Für Sie, die Überlebenden des Völkermordes an den Sinti und Roma, und für Ihre Angehörigen ist das ein überaus schmerzhafter Prozess. Umso dankbarer bin ich dafür, dass Sie weiterhin die Kraft finden, Zeugnis abzulegen, Aufklärung und Bildungsarbeit zu leisten. Damit leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Bekämpfung des Antiziganismus. Und lassen Sie mich gleich hinzufügen, der Kampf gegen Antiziganismus, der Kampf gegen jegliche Benachteiligung, Diskriminierung, Ausgrenzung von Sinti und Roma ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Viel zu lange Zeit brauchte die Anerkennung und Würdigung der Schicksale der Sinti und Roma in Deutschland. Lange fehlten Anteilnahme und Empathie der Mehrheitsgesellschaft. Mit aller Macht müssen wir uns gegen Vergessen, Verdrängung und Verharmlosung der Verbrechen an den Sinti und Roma stemmen. Ich bin im Zentralrat der Deutschen Sinti und Roma, besonders Ihnen, lieber Herr Rose, und dem Landesverband Berlin-Brandenburg, Ihnen, liebe Frau Rosenberg, sehr dankbar für Ihr Vertrauen, dass Sie uns entgegenbringen und für unsere gute Zusammenarbeit. Gedenken, erinnern, aufklären und sich zur Wehr setzen gegen jede Form von Rassismus und Rechtsextremismus sind existenziell. Denn Hass, Menschenverachtung, Gewalttätigkeit gegen Minderheiten gibt es auch im Hier und Jetzt. Rechtes Gedankengut wird in der Öffentlichkeit und selbst in Parlamenten geäußert. Es gibt alltäglichen Rassismus und im schlimmsten Fall verlieren Menschen ihr Leben bei rechtsextremistischen Anschlägen, wie beispielsweise den NSU-Morden und erst vor wenigen Monaten bei dem Terrorakt in Hanau. Neun Menschen wurden am 19. Februar 2020 aus rassistischen Motiven ermordet. Darunter auch drei Angehörige der Sinti und Roma, wie die 35-jährige Mercedes Kierpac, Mutter zweier Kinder. Sehr geehrte Damen und Herren, die Einsetzung des Kabinettsausschusses auf Bundesebene zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus ist ein deutliches Signal. Ein Signal gegen Antiziganismus, ein Signal gegen Antisemitismus, ein Signal gegen Rassismus in jeglicher Form. Ein deutliches Signal für Präventionsarbeit, für Opferschutz und für eine harte Strafverfolgung. Und es ist ein klares Bekenntnis zu einer wachsamen und wehrhaften Demokratie. Dass nie wieder mit dem Deutschland nach Krieg, Faschismus und Massenmord an unschuldigen Menschen seinen Weg in die Demokratie begann, ist uns Mahnung und Verpflichtung zugleich. Für das, was jetzt und zukünftig geschieht, bei uns, in Europa und sogar weltweit. Dafür sind wir verantwortlich. Jede und jeder Einzelne von uns und wir alle gemeinsam. Die demokratisch Gesinnte, die friedliebende, die solidarische Mehrheit der Menschen in unserem Land. Ich danke Ihnen.